und hallo und herzlich willkommen in den flammen von borderlands 1 zurück mit dem zero der immer noch eine schöne sniper hat ja meine sniper habe ich gefunden gehört mir hallo ok ja und ich würde sagen wir machen mal weiter wir müssen ja immer noch die flaschen mit dem puzzle aufsammeln scheiße steck fest ja ja freunde ich habe gerade nachgeguckt wegen den dlcs es sieht so aus dass die dlcs mit dem level der spieler mitgehen das heißt wenn wir jetzt in den dlc reingehen würden würden wir op wieder rauskommen weil das hauptspiel nicht mit level deswegen haben wir uns entschlossen am ende die dlcs nachzugehen chronischer chronologischer reinfolge ich denke mal damit müssen alle verstanden einverstanden sein oder würde ich auch sagen ja fußel brauchen wir noch zwölf stück helft haben wir sehr schön ich weiß allerdings nicht mehr was das hier für eine quest war welches meinst du denn das ding hier mal gucken wir sind gerade in teachers landing ja ja hier ist doch was grün ist da das leuchtet doch moment das ding im wasser mittendrin im wasser mittendrin bei mir leuchtet hier überhaupt nichts ja ja da sehe ich zwar was aber das leuchtet bei mir nicht so bei mir ist es grün am leuchten aber wir haben auch keine quest dafür ok wahrscheinlich weil du der host ist ja wir ignorieren das einfach mal ok so ich suche schon mal nach loot kisten und dessen ich den ein oder anderen ertöte ha ha volltreffer weiß zwar nicht wo ich gerade hinlaufe aber hier geht es weiter aber ja da ist getricks idiot schwein ich weiß nicht was du denn machst keine ahnung ich habe mich mal ein bisschen umgesehen hätte ja sein können dass hier was schönes gibt so leider ist das nicht der fall wahrscheinlich nur gut kiste wo darauf habe ich ja gepocht dass da irgendwo eine loot kiste ist ist aber nicht ok hier ist auch nichts tatsächlich ist nichts vielleicht kann ich sie finden wie geil da geht er auch noch mal da lang ich rede ruhig na ich hätte sie dir in der loot kiste wegstappen können dass du es merkst geh um die ecke und es steht vor mir ein schläger ups fall sogar ach von da habe ich angeschossen ich frage mich die ganze zeit von wo ich habe im schleichen mein facebook ausgeführt wie cool wusste gar nicht dass es geht warum läuft der weg von mir bleib stehen das gibt es nicht das ist der spaß da hinten jetzt haut der ab ich bin viel zu weit weg ich komme gar nichts mehr zu dir jawohl in der letzten millisekunde so flaschen mit fuße den haben wir klassenmord für soldat leckt mich doch einfach alle was soll denn der scheiß ich bring dir das mit ich will mich verarscht ey das gibt's doch nicht irgendwen oder was kämpfst du da eigentlich was wo ist er nein er ist runter gesprungen er hat nichts mehr wo ist der penner hast du ihn? ja er springt einfach runter so ist das leben mein freund so ich habe gehört du hast was für mich ja komm ich stelle uns mal einen turm hin damit wir uns heilen so das ist aber lieb schön sogar lila ja und ich habe ein weißes nur mal so zum vergleich ich weiß jetzt zwar nicht was soll denn eine tech regeneration skill sein oder tech regeneration eher gesagt klar das habe ich auch wahrscheinlich die ulti oder? meinste? kannst du schnell googeln ja klar ach keine ahnung auf jeden fall ist es nicht so gut wie ich dachte es muss auf jeden fall irgendwas sein was jeder hat de fuck irgendwas ist explodiert so ein kranker auf mich zugelaufen ist einfach explodiert so hier kannst du dich wieder ein bisschen heilen nice was war das denn? hat er vielleicht eine kiste geschlagen? ich habe noch nie Leute gesehen die einfach explodieren jedenfalls nicht in dem ersten teil möglich ja der typ brenner psychopath warte ich lasse ihn nochmal auf mich zu rennen ja ne wieso ist er denn gerade explodiert? vielleicht ein fass geschlagen oder so? das kann gut sein so das war die letzte fusel ha wir haben sanne äh wir hatten die schon die ganze zeit alle achso wieso kriegen wir trotzdem immer fusel wir haben einen medikick gesichtet ach hier ist bunt ne erforschen wir doch ein bisschen die gegend ne können wir ja mal machen jo das auf jeden fall hindert uns ja keiner dran hä wer war tot ich glaube die nahkämpfer sind so krass stark das kann gut möglich sein ja wer legt mir hier noch? ah da hinten ach von hinten was explodiert denn hier ständig? keine ahnung ach du bist knallhart so sieht es also aus du bist knallhärter das ist ein knallhärter boah da ich hab von hinten gerade den schläger blickst jetzt krepp doch endlich mal einige eindeutig zu viel lebende Typ die lasse ich mal liegen ah ich hab ein level gehabt treffe ich nicht hier ist eine Lootkiste ja Pistolen und Ende nicht wirklich gut warte 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 meine Pistole hast ich hab doch als vierte ach so dann guck nach ok Moment besser 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 da sind wir durch ja ich guck grad mal ich hab ein level ab erhöht projektil schaden und projektilgeschwindigkeit ist natürlich nett die tötung eines gegnerts verringert die abklingzeit des facebook ist das geil bewegungsgeschwähigkeit plus 8 4 prozentiger ich kann sogar teamerfahrung skillen komm ich skill meine teamerfahrung wieso nicht dass wir mehr erfahrung bekommen oder wie ja wo kann es denn das gehen ich hab ein perk dafür ok krass das ist noch eine lootkiste ich bin fast bei raketenwerfer bin ich fast so fast auf vollem level von den waffenfertigkeiten gerade so gesehen und viel brauche ich nicht mehr dann habe ich auch endlich ein level ab jawohl aber ein bisschen was ist es noch oh hier liegt noch geld so 605 dollar 605 das ist immerhin etwas oh lootkiste das könnte was würde ich sagen das ist der sniper ach so das wäre ein rifler guck hoch sind ich wirklich gut kann sobald ich gerade ganz viel genutzt ist wie komme ich da hoch wo bist du von hier aus ja du rieb mich einfach kommst du nicht hoch ok moment ah ok ok oh was die sniper was für dich oder was ja die macht weniger genauigkeit und hat halt keinen elementar schaden ja genauigkeit ist ganz wichtig für den sniper kannst du eigentlich sonst vergessen ja ne ich nehme sie einfach so mit so ich komme wir kriegen aber auch geld kriegen wir richtig richtig gut was ne wenn wir jetzt so loopten mittlerweile in diesem gebiet haben wir jetzt so viel bekommen ne ja weil wenn ich mal überlege so ersten folgen so haben wir zwei oder drei gekriegt ein bisschen was weniger ich da gerade was grünen schimmern sehen ich glaube nicht eigentlich dachte dachte ich hier ist irgendwo der eingang zum dlc aber anscheinend nicht warum ich schon hier drüben nein das sind nur noch grüne kisten hier waren wir noch nicht ja hier waren wir noch überhaupt nicht da sind wir dran vorbeigelaufen haben wir hier noch granaten ja jetzt bin ich voll ich bin auch voll mit allen möglichen munitionsarten ja ja außer granaten die fehlen manchmal genau da wo ich es abdrücke na steckst du fest kleiner ist mir ja fast schon leid ja nächster level jetzt tu denn ich hab von ganz weit hinten irgendwo ich hab ein medikit entdeckt das ist schön für dich hat sie sich selber gesagt weil ich 3 hp hatte ah ok so zur erinnerung hey siri da ist hp nimm's dir nimm's dir so hoffentlich kriegen wir hier gleich noch ein paar loot kisten ich sehe hier feile wieso sehe ich hier feile weiß ich nicht ich loote gerade so die kleinen kisten und so ach man hier runter runter ok gott ja bitte im ernst ja du tötest ihn einfach ich habe auch keine ahnung wie ich getötet wurde ganz seltsam ich höre ein psycho ach so der hat uns doch gar nicht gesehen der steht hier einfach nur also dieser teil kommt mir nicht bekannt vor das heißt das hier könnte eventuell der teil sein wo wir zum dlc kommen wir einfach mal durch und gucken mal was uns hier erwartet würde ich sagen weil wir sind zu weit ja das ist sowieso ein portal also so ein ja kennst du ja von unseren reisen die reiseportale ja wenn wir in den dlc gehen dann da durch ich habe mich selbst umgebracht und ich habe gedacht oh das explodiert doch oder und es ist explodiert ja tut es anscheinend ja hat auch wehgetan ja nicht dass ich mir damit wehtun kann aber ich kann das ja ziemlich linear hier dir tut das nichts aber mir oder was und ich kümmert sowas nicht hast du nicht vergessen ich bin der terminator ja 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 erst mal looten hey das ist der anfang ja wir sind hier im prinzip einmal nur durchgerannt um diese lootkiste zu finden aber wieso war ich da noch nie crazy die auf der karte kein symbol für für so ein auto dlc keine ahnung werden wir immer noch finden wie gesagt ich war noch nie in einem dlc und wenn es soweit ist dann werden wir schon finden ja würde ich auch sagen ich lauf schon wieder weg wo läufst du denn ich hab gott überlegt hm war das nicht der richtige weg zum richtigen weg nee wir müssen zurück so direkt wieso haben wir hier am sport eigentlich mit ruhe vergessen weiß ich nicht ja wir sind hier lang gegangen wenn du mal überlegst wir sind hier lang gegangen und haben uns nie umgedreht also es kommt schon hin so erstmal alles verkaufen ich glaube wir haben besuch jup das war es mit dem besuch so ach nur ein skill für eine sirene die sogar nichts kann oh angebot des tages ist für die sirene oh 84.000 hast du so viel nö aber halbster welt ist nicht so gut ich mein team elementareffekt schaden ist schon natürlich schon cool aber naja müssen wir doch herausfinden was dieses tech regeneration ist vielleicht das schild könnte vielleicht sein ich werde gleich mal dr google fragen würde ich sagen mach das kann ich rüber gehen an sich kannst du rüber gehen aber warte bitte noch denn ich möchte erstmal die folge beenden so wie ich das in meinen ganzen tagen äh tollen tagen tue wir haben doch erst 19 minuten was weißt du was ich hab mich verguckt komm die zwei minuten hast du noch lalalalala oh wir haben schon 19 stunden zero wir sollten aufhören ne ich hab glaube ich auf die sekunden geguckt achso und da war es gerade irgendwas mit 24 oder so kann passieren jedenfalls jedenfalls war es nur so auf dem außen augenwinkel so auf dem nächsten monitor das war ein bisschen naja ups die knallen mir aber auch mal ein schild weg ne glaub da war jemand hinter mir ja hinter dir es geht mir schon besser so gleich mal wieder auf radau hier gerade erst wieder am leben BÄM oh hat was blaues fallen lassen aber nur ne smg oh ist jetzt nicht der oberwahnsinn ja aber es war was blaues immerhin bringt gut kohle beim verkaufen na huch schweres blaues oh wait zum verkaufen war gut ich brauch Geld ich glaub wir müssen wirklich äh knallharter Achtung hoch schießt er mit gläsern oder wat nein da hat er mich überrascht das war's mit ihm das war's mit ihm hehehe hat mich so ein kleiner Pisser getötet erstmal gucken was er fallen gelassen hat wa? das war sogar für mich achso ein mob? ein Artefakt ein Artefakt auch noch oh hatte ich auch lange nicht mehr ok schau'n wir doch mal dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden ja hast schon zwei Level von jup ich spare mir meinen einen immer noch auf mein Explosives Artefakt ich weiß nicht während du das eine googelst google ich wieviel Level man da investieren kann sonst verkauf ich das Ding ja was heißt wieviel Level man investieren kann man kann ja anscheinend nur bis Level 2 gehen ja das ist Bullshit findet doch mehr eigentlich schon vielleicht ist das nur auf diesen Schwierigkeitsgrad so dass man 2 hat weißt du und später hat man ein bisschen mehr ja wer weiß was ist das hier eigentlich für den Übergang? achso Rust Common East gibt's ja auch noch was machen wir eigentlich jetzt als nächstes ähm gut wir müssen zurück und Sachen abgeben ne? aber das machen wir dann morgen während du es nochmal anwürzt komm verkaufen wir heute nochmal und dann waaat? was los ich hab mir was gekauft ne Mod? ein ein Schild oh hier ist ein lila Mod find ich mit 380 ja hab ich schon gesehen ist nicht gut ja 150% Combat Rifle benutzt du das überhaupt? ich hab ach ich hab das Schild verkauft ich bin so ein Depp Rückkauf kannst du machen äh ich hab jetzt ein Schild mit 380 äh ich hab 360 äh 360 nicht 316 weil sonst könntest du mal eins auch haben ich hab 360 okay das war nur 316 also hab ich's gleich verkauft ähm ja das war's dann auch schon wieder uff du hast dein Auto und äh ja Folge beenden alles klar tschüss wiedersehen macht's gut halt ein Schild halt ein Schild